Tester geschnappt und da kommen die Creeper-Pfeile angeflogen, Alter. Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Trouble in meinem Wild, zumindest im Hintergrund. Es ist kein sehr langes Video, wie ihr es sicherlich erkennen könnt, aber dafür war die Runde doch sehr schön, sehr nice. Ähm, ja, also die Runde, die war wirklich ganz sticke, zwei Kills, leider am Ende gestorben. Ähm, wahrscheinlich dachte einer, ich bin Traitor, weil ich den einen gekillt habe. Das war aber ein Traitor, den ich gekillt habe und so weiter, bla bla bla. Naja, zumindest habt ihr jetzt erstmal hier schon einen kleinen Fail gesehen, weil ich vergessen habe, den Bogen wegzuschmeißen. So, die Kiste, das war sowieso egal, ich hab ja schon alles. So, da trotzdem nochmal Bogen wegschmeißen. Oh, 32, anderthalb Stacks Pfeile, warum nicht? Ähm, ja. Also, und zwar, ähm, hab ich mir überlegt, ich mach das vielleicht in nächster Zeit öfter. Also, ich nehm einfach so eine kleine Runde Trouble in meinem Wild oder Hunger Games oder irgendetwas auf. Die packe ich dann im Hintergrund und nehm dann einfach was anderes auf, extern. Ähm, dann kann es erstens zur Folge haben, dass die Spiele besser sind, weil ich mich nicht nur auf, nur auf das Spiel konzentriert habe. Okay, bei diesem Spiel habe ich jetzt noch nebenbei ein Video, guckt schon auf meinen zweiten Bildschirm, ne? Ähm, aber deswegen auch keinen Ton, damit ihr den Ton vom Video nicht hört, das wäre ja irgendwie blöd. Aber, ähm, dass ich halt sonst einfach mich nur auf das Spiel konzentriere und dann vernünftig spiele, dann werden die Runden wahrscheinlich auch besser. Und, äh, ich hätte mir überlegt, dass ich vielleicht auch einfach ab und zu mal nur Runden hochlade. Und dann, und wenn ich dann manchmal, kommentiere ich dann vielleicht noch nebenbei, so danach, einfach mal irgendwelche Themen, irgendwelche aktuellen Themen oder Themen, die mich beschäftigen oder so weiter. Ähm, ähm, das Problem ist nur, mir fallen, manchmal fallen mir Themen ein, aber dann vergesse ich sie mir, sie irgendwie zu notieren. Hier, erst ein Traitor gekillt, schön. Dann lieber gleich nochmal einen Tester, würde ich sagen. Ähm, ja, also mir fallen ganz oft, äh, solche, solche Themen ein, aber Oh, jetzt hat sich der andere Tester geschnappt. Und da kommen die Creeper-Pfeile angeflogen, Alter. So, hier, schön, ein Creeper-Pfeil nach dem anderen, zack, zack, noch einen. Das wäre schlauer gewesen, wenn er hergelaufen wäre und die Creeper reingeschossen hätte, aber so, ne? Nicht so, mein Freund, da komm ich und schnapp ihn mir. Sehr schön. So, ja, und da bin ich auch schon gestorben. Äh, leider, leider. Ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht war es ja auch ein Traitor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, mir fallen ganz oft, fallen mir wirklich gute Themen ein und dann vergesse ich sie wieder. Und dann, ja, aha, denke ich, scheiße, ich hatte doch gerade noch ein Thema jetzt. Wieso habe ich es jetzt wieder vergessen? Naja, auf jeden Fall würde ich das Format, ich weiß noch nicht, ich habe noch keinen guten Namen für das Format. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß, ich habe noch keinen vernünftigen Namen für das Format oder so, sondern bisher weiß ich einfach nur, ich möchte das machen und das gibt es wahrscheinlich auch schon, aber das ist mir jetzt gerade egal, weil ich habe einfach Lust drauf. Ähm, und wenn es euch gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ich mache es aber trotzdem, auch wenn ihr disliket oder sowas. Und, ja, hat mich gefällt, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, ich bin jetzt hier raus.